ja gut ich hab's ich hab's gelaufen gekriegt synchronisieren hoch drunter links rechts rechts hoch rechts links falsch es war rechts deine mutter ist eine nette frau sie uns essen gebracht alles klar ein paar fängt an um 36 müssen wir aufhören und so ja mit dem ach so ok nein ich war gerade nur irritiert von wegen 36 was viel zu vollen munten soll ich bin gerade bei paul im ausland nehm ich bin gerade bei paul im ausland natürlich nehmen wir schon auf, wir nehmen immer auf ach ja das tatsache wir sind jetzt auf youtube paul wir machen nichts anderes mehr ja ne aber ich finde den gedanken immer noch merkwürdig dass ein ganz dummer mikrofon hinter mir herrenst mhm es ist in meiner nase also herzlich willkommen zurück zu let's eat while playing organ trail es ist in meiner nase paul natürlich nur zu unterhaltungszwecken ja ja oh das ist voll gut mhm mhm ah das ist ja dieser penner ja ja genau genau der was für ein penner ey so ein mieser kleiner penner ich möchte bitte ranzoomen und ihm ja nix augen geben stelle da kann ich diesen ein augenteil von seinem gesicht da rein ja alles klar also bei 10.000 wir haben keine mehr kein geld ach wir und kein geld wir hatten dieses spiel gespielt du ja das heißt ja enorm das können wir machen 12 dollar oder zwei medkits wenn wir das nächste mal krankheit haben können wir die dann heilen bei dem medkits genau weil so funktioniert das ja natürlich ich sehe du musst hier bei anywhere das ist eine falsche stelle geklickt zum kontinuieren entschuldigung das ist bei anywhere klicken müssen ich sehe nix das mikrofon ist am weg wie bitte ah holy shit ich sehe ja alles nein ah holy shit dort wollen wir vielleicht die plätze wechseln ich sehe ja alles nein wir wollen nicht die plätze wechseln wollen wir nicht nein während der aufnahme nochmal alles neu machen ist doch nicht ja ja nein sie ist nicht doch ist es schon wieder einer down und und dann bier oh die oh die oh die oh die oh die hach daneben krankkamerafucker krankkamerafucker Jeder normal Attacke. Attackee. Attackee. Protect me. Oh shit nein. Oh shit nein, ich seh nichts. Was ist das denn? Ich kann nichts erkennen. Hat der ne Fakkel aufm Kopf? Nein, das war ein harter. Er ist alt und fett, deswegen kriegt er zwei Hits. Bist viel zu schlecht. Oh shit, ich seh nichts. Oh shit, nein. Nein, ich hab keinen Bock jetzt irgendwie zu sterben. Obwohl, dann wäre dieses scheiß Projekt vorbei. Da könnten wir was cooles machen. Was Vernünftiges, was Spaß macht und nicht Organtrain. Ja, ich weiß, ich hab gesagt, wir sollen das spielen. Halt den Mund, Paul. Ja. Das ist die Fanta gerade vor dem Bildschirm. Ach so. Kranker Bastard. Ah, wow. Ey, guck mal, das ist gleich ein Dickbutt, was du da malst. Los, weiter so. Weiter so. Oh, genau in den Bauch. Knieshots, voll in den Kopf. Wir haben die Attacke survived und wir haben zwei Medkits geirrt. Mhm. Das ist irgendwas im Autoshop, wir haben 12 Dollar. 98 Dollar kriegen wir hin. Kartoffelschips mit Käse, Zwiebelgeschmack, Zutaten, Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Salz, Süßmolkenpulver, Zwiebelpulver, Käsepulver, Zucker, Sahnepulver, Aroma, Färbendes Lebensmittel, Kurkuma, Hefextraktpulver, Farbstoff ist Paprika-Extrakt und das kann auch Gluten, Gluten enthalten, keine Ahnung. Medium. Ich würd's Kevin hin gehen, aber ich hab das Keyboard nicht auf dem Schoß, also ist es mir egal. Also, wir gehen einfach. Soll ich das ja weg machen? Dann kannst du's Kevin hin gehen. Moment, stopp. Nein, unser Stationwagen ist fast hin. Ha, schlecht. Ha, du leidige Scheiße. Wenn der hin ist, war nicht gut, ne? Ja, irgendwie schon. Dann können wir nicht weiterfahren. Ja, dann laufen wir halt. Ja, wir haben gestoppt. Ah, wir haben noch genug Treppe oder so. Ah, wir haben noch genug Treppe. Ja, Schrott haben wir immer dabei. Haar. Im Notfall verarbeiten wir Kessel. Oh, Schott's fired. Hm. Ah, Roster hat kein Fieber mehr. Ja, geil. Danke, Basti. Nur wegen der Madgets, das richtig. Mhm. Nur wegen der Madgets. Tschöp. Oh, Paul. Geil, ne? Hm. Ihr habt mich gefüttert. Und schreibt eure Fanfictions. Hm. Ich hab wahrscheinlich morgen was von Chiara in meinem Spamfilter. Ui! Hey, wenn Eugen Trail vorbei spielen, will ich Star Wars. Tatsache. Jetzt hab ich's gesagt. Jetzt können wir es nicht mehr irgendwie rückgängig machen. Jetzt was für Lego Star Wars spielen. Haha. Ja. Du musst du 100 Euro für eine Capture Card ausgeben. Idiot. Ja. Ist doch scheißegal. Dann können wir auch anderen Schild spielen. Tatsache. 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 Chilurst. Tatsache. Tatsache. Statt. Wann wir drahen? Ja. Tatsache. Nietfen Parliament. Will dasưand? Tutaj? Wie war das? Ah, ach so, ah. Du heiliges Scheiß, was musst du denn da? Äh, äh, Stunt. Hey, wir sind der Hauptcharakter aus, aus Organtrail. Wir sind Kartoffel und das ist Jackass. Alter Schwede, ey. Hey, wir wurden irgendwie, da war gerade so ein Event, aber ich habe nicht aufgepasst, was es war und dann ist wir aufgefallen, äh, krass. Ja, Entschuldigung. Wenn ihr sehen könntet, die Marco sich ständig verringt, um uns dieses Mikrofon rumgucken zu können. Ah, jetzt guckt er wieder drunter, jetzt guckt er wieder. Jetzt guckt er wieder drüber, jetzt guckt er wieder drüber. Jetzt kann er gleich mal ein Foto vom Setup machen oder es gleich da reinsetzen oder so. Nennen wir es liebevoll Setup, es ist vielmehr der Tisch, der in meinem Zimmer steht, der wir einfach umfunktioniert haben. Jetzt ob da nicht schon genug Schrott drauf liegt, jetzt steht auch noch Markus Bildschirm drauf. Äh, wir fahren gerade weiter und ich ist da, wir haben ein scharfes Pop, wow. Oh Gott, da kann ich noch Batterie. Geh von Chips runter. Ne, wir haben mal Geh von Roaster drunter suchen. Wir haben Chips noch dabei. Äh, Moment, ich bedruckt, jemand. Ja, ja, dann, 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 dann mach doch halt und fahr weiter. Ich würde gerne Kuchen fassen. Ah, Quatsch. Oh. Das ist jetzt nicht das Geräusch, das er vom Essen hat, das kommt woanders her, das Geräusch. Und guck mal, der Tankstelle. Ne, wird Desert Motel. Wir haben das jetzt Psycho, oder was? Das Nachtisch Hotel. Desert Kaktus Hotel. Der Kaktus ist ein Kürbis. Ja, genau, das ist der Satz Kürbis Hotel. Motel. Wusste gar nicht, dass Kürbis Kaktus auf Englisch heißt. Ne, das ist ja sehr so. Jeder ist mal irgendwie anders nicht da oder sonst irgendwas, alles ist dynamisch, bis auf der Sand. Ja, der ist immer da. Mit Jobs, die wir machen können. Hey, dangerous. Wir haben auch schon Suicide geschafft. Brauchen wir nicht. Wir brauchen keine 18 Ammo, lass mal Ammo kaufen. Wollen wir? Nein, wir haben nicht mehr genug Geld dafür. Na, schlecht. Nein, Quatsch. Aber das bleibt, kann man kaufen. Erst Play, Deadly. Definitiv, da gehen wir sofort raus. Ist das noch nicht immer als Suicide? Nein, oder? Nein, dangerous Suicide, oder? Nein, dangerous Suicide, oder? Nein, dangerous Suicide, oder? Genau so. Und Attacke. Bei uns. Nein, wir resten jetzt erstmal für 3 Stunden, weil Roasted ist eine kleine Bitch und sagt, oh, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, dann sterbe ich. Hm. Das steht ja voll gut. Leider nicht selbst gemacht, aber voll gut. Ja, ohne Scheiß, das ist voll gut. Wo habt ihr den selbst gemacht? Ähm. Wo habt ihr den selbst machen lassen? So rum? Irgendein Bäcker in jedem. Ach Scheiß. Da musst du nen Piep drüber legen. Mhm. Ja. Als ob uns irgendjemand stalken würde, aber da musst du trotzdem nen Piep drüber legen. Jo. Mach einfach. Ja, mach ich auch. Hm. Okay, einen Tipp hinterlassen, dass es ein alkoholisches Getränk gibt, das noch auf diesem Obtenland ist. Schäferhofer. Ja. Ja. Weizen. Obwohl in einem Ort namens Weizen. Gibt's wahrscheinlich sogar. Garantiert. Dann, wie sieht's jetzt aus mit Sachen Medium? Ich würde gerne rausgehen, aber ich hab Kuchen im Gesicht. Ich meine auf meinem Schoß, was mein Gesicht ist. Ja. Keyboard. Ich meine, die Idee kommt, dass wir viel zu leise sind, weil wir zu weit vom Mikrofon weg sind. Äh, scheißegal, krieg ich irgendwie hin. Okay, gut. Oh, der Part ist zu Ende. Ach. Klaare Sache. Tschüss. Nächstes Mal bei Organtrail und so, wir werden das rausgehen und Paul wird weiter üben, ein konstantes Geräusch zu machen und mich damit zu irritieren. Huh. Hey, du hast einen Kürbis auf deinem Fensterbank. Auf deiner Fensterbank. Klaare Sache. Du hast ja verratenlich ne Fenstermank, aber das schränkt den Bereich der auszusuchenden Häuser, wenn man uns finden will, deutlich ein. Genau. Oh, was ist das? Draußen ist die Sonne gerade am untergehen. Draußen sieht man Wolken. Oh nein, jetzt wissen alle, wo wir wohnen. Alle. Ausnahmslos alle. Und den Part jetzt mal enden, oder nicht? Ja, stimmt. Nächstes Mal bei Organtrail.